Dieser äußerst praktische und geheimliche Ford Focus Connected könnte schon bald für Ihre Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 EcoBoost Benziner erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg, besonders hinten. Auf der Rückbank finden bequem drei Passagiere Platz. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fahrlehrsitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Focus schützt Sie rundum mit ESP, Airbags, LED-Licht und der heizbaren Frontscheibe. Zum Radio gehört auch ein Bluetooth-Freisprech-Kommunikationssystem Sync 2,5. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken und äußerst praktischen Ford Focus Turnier Connected und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie immer viel Spaß haben. Der Wagen ist innen und außen in Top-Zustand. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Wisman freut sich auf sich. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wisman freut sich auf die Inspektion.